Liebe Gemeinde, ihr an unserer letzten Station, lasst euch sagen, es gab eine aufregende Zeit, in der alles möglich schien, als ein deutscher Staat zugrunde ging unerwartet und Häuser leer standen und ein Zustand von nahezu Anarchie herrschte. Und was entstand, waren Galerien und Clubs und Ateliers und Kneipen, in denen die Menschen redeten miteinander und sie tanzten durch die Nächte, wochenlang, jahrelang und alles, was übrig geblieben ist, ist diese museale Ruine. Auf das viele freie Orte immer wieder entstehen, liebe Leute, hier und im ganzen Erdkreis. Liebes altes Tacheles, auch wann, wenn du manchmal hässlich warst und es Streit in dir gab, wir bringen dir Sand Gentrifizian. O heiliger Gentrifizian, reiß unser Haus nicht ab, sanier doch das Nebenan, auch dass wir funken ein Leben lang. Dankeschön, ihr wart eine ganz tolle Gemeinde und auf dem Art Village im Berlin Festival bauen wir eine große Kirche, die Church of Folk. Zum ersten Mal auch, wir haben Altarfenster und Fenster, Kirchenfenster, überall von Barriers und Gould. Stuart macht die Hinschriften, Poet pumpt die Kirche mit dem Bubble. Es wird ein einziges multimediales Funkkunstwerk, ein Funkwerk quasi, meine Damen und Herren. Mein Name ist Janek vorne mit dem Kuh, ich bin der Hohepriester der Church of Folk. Und jeder, der jetzt Funk ruft, ist Mitglied der Humanistischen Church of Folk. Folk ist ein Gesetze! Wo ist der Platz für euch selber? Wir gehen noch kurz in den Park und auf ein kaltes Getränk, wer mit möchte, ist herzlich eingeladen und wir danken euch. Vielen Dank, Herr Ferri, ihr sind cool, die alle hier unterzielt haben mit ihrem kürzendsten Idealismus. Und ich danke im Namen von Roland mit allen Händen, auch dem Neurotitan, einem der letzten freien Orte in Mitte. Und allen Medien, die uns unterstützt haben. Und Aishas Mutter, die uns unterstützt hat mit ihrem Freiraum. Und Rolands Eltern, dass sie ihn gezeugt haben. Wir danken euch allen, allen euren Eltern. Hallo, Junge. Hallo, Junge.